Musik Kein anderes Körperteil der Frau ist so sinnbild für die Weiblichkeit, die weibliche Brust. Alle sieben Minuten erkrankt eine Frau an Brustkrebs in Deutschland, leider auch schon in jungen Jahren. Brustkrebsvorsorge wird in Zukunft immer wichtiger. Das Gute ist, dass Brustkrebs in vielen Fällen heilbar ist, wenn er möglichst früh erkannt wird. Durch meine tägliche Erfahrung kann ich vielen Frauen früh genug helfen. Ich habe meine Mutter an Brustkrebs verloren. Das war meine persönliche Motivation, Medizin zu studieren und Frauenärztin zu werden. Ich habe großes Vertrauen in die Forschung und in die Erfolge um das Thema Brustkrebs. Frühes Erkennen und eine exakte Diagnose sind die wichtigste Voraussetzung für eine gute Prognose. Sollten wir Auffälligkeiten entdecken, stehen uns in der Panthinic alle modernen Untersuchungsverfahren zur Verfügung, um eine exakte Diagnosestellung und Therapie zu ermöglichen. Wir setzen uns auch persönlich für Brustkrebsfrüherkennung ein. Wir bilden als Experten und Kollegen in der Untersuchung zum Brustlöterschall aus. Sie tragen die Verantwortung für Ihren Körper. Wir helfen Ihnen dabei. Bitte kommen Sie lieber zu früh als zu spät.